Hallo und willkommen zurück zum Terra Bilder 2015. Wir sind hier immer noch schön am bauen. Ich hoffe ihr habt noch Spaß dabei. Wir wollen hier eine schöne Bahn am Ende stehen haben und wenn die nicht schön wird, dann gebe ich mir aber die Kugel. Was soll das? Hä? Was soll denn die Scheiße hier? Da ist ja nicht mal eine Bahn oder sowas. Das fängt ja gut an. Anscheinend war da doch eine Bahn, weil jetzt kann ich es ändern. Anscheinend muss ich das schon vorher im Kopf haben, ob ich das gut bauen kann. Ich merkte schon. Wir machen das ganze natürlich schön, dass es passt wie immer. Ich denke mal wir brauchen jetzt bestimmt noch ein, zwei Parts um das ganze hier Terror Building zu machen. Also wem das zu langweilig ist. Es tut mir leid, aber es muss gemacht werden. Und ich will das jetzt auch nicht unbedingt Offscreen machen, weil ihr wolltet, ihr wollt ja immer bei anderen dabei sein. Deswegen machen wir das jetzt einfach hier zusammen und leiden zusammen. So kann wenigstens jeder sehen, wie ich das ganze hier mache. Wie soll ich denn hier drin bitte ein Haus drauf bauen? Ja, mal gucken. Eigentlich hätte ich das schon gerne so. Schauen wir mal. So. Ob das ganze klar geht? Wird halt sehr steil, aber ist mir egal. Ich meine, wir haben ja gesagt, hier kann ruhig eine Schlucht hin. Ja. Sieht auch gut aus. Also gut jetzt vielleicht nicht, aber nicht schlimm. Ich mach das jetzt einfach mal so. So. Dann kann die Bahn eigentlich darüber gebaut werden, damit ihr es richtig seht. Moment. Machen wir es vielleicht so. Gerade am Überlegen eigentlich. Bauen wir erstmal. Das ist vielleicht nicht eine Station. So. Wo war das mit der Kurve? Nicht in die Richtung. Nicht den falschen Knopf drücken. Jetzt aber. Ja, genau so. Gott sei Dank. Gott sei Dank funktioniert das. So. Wo machen wir denn jetzt weiter? Also hier außen ist es easy. Das mache ich am Schluss. Hier ist es eigentlich auch relativ gut. Da draußen schaffen wir es auch. Da kann man den Berg flach abwickeln. Hier. Jetzt wird es spannend. Hier. Jetzt wird es spannend. Das steil habe ich noch nicht gemacht. Oh Moment. Das war noch nicht ganz fertig. Hier ist es ja noch relativ einfach. Wo geht es denn jetzt ab? Wo geht es denn runter? Ich habe es schon wieder vergessen. Mal schauen. Einen. Wir machen eins, zwei, drei, ne. Hier geht es schon runter. Also hier muss schon ein flach, okay. Hier muss ein abgeflacht sein. Das ist jetzt ausprobieren, warte. Das ist jetzt einfach ausprobieren. Machen wir mal irgendwie sowas hier. So ungefähr. Das ist nochmal grob. Dann schauen wir, ob das passt und wenn es nicht passt, dann ändern wir es nochmal. Passt noch nicht ganz, es muss noch ein bisschen steiler werden. Wollen wir den hier ein steiler machen und dann alle eins... Ja, ich verstehe, ich weiß wie es macht. Ich will, dass das einfach weg geht. Das ist so der Plan. Wenn den jemand versteht. So. So. So hätte ich das jetzt gemacht. Irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Und das ist klar, dass hier ein steil sein muss. Dann machen wir hier 1, 2, 3 meinetwegen. Und dann so. Vielleicht. Das ist jetzt ein kleines Rumproberer-Reichspülchen. Da ist definitiv noch nicht so. Das ist schwierig zu machen. Weil so an sich kann man das hier nicht weg. Das mache ich mit dem Support-Killer einfach weg. Leute, das ist es. Hier ist die Brücke und hier ist der Support-Killer. Ja. Hier. Hier. Ja, und jetzt. Wieso ist der nicht weg? Das Ding. Das finde ich jetzt frech. So ist das Ding jetzt immer noch da. Das kann doch nicht sein. Mitten hier reingebaut. Das zerstört das Ganze so ein bisschen. Wollen wir nicht jetzt irgendwas anderes nehmen? Meinetwegen, was weiß ich. Kann man die Scheiße hier nicht wegmachen. Aber warum? Ich bin leider Perfektionist. Wieso kriege ich hier was hin? Hier muss ich noch was ändern. Hier muss ich noch was ändern. Das sind jetzt Kleinigkeiten. Ich weiß, dass das jetzt... Das stört manche Leute vielleicht nicht mal. Warte mal, mich stört das ungemein. So. Dann tun wir es nochmal mit dem Support-Killer. Ich weiß, jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber... Das bringt auch nichts hier. Ja. Gut. Ich wusste nicht, dass das so schwierig sein kann. Das wusste ich ehrlich nicht. Ich glaube, ich muss das einfach so lassen und dann... ...irgendwie mir was überlegen. Warum? Ich will das doch nicht weg haben. Ich will das doch nicht weg haben. Boah, jetzt brauche ich schon wieder so lang. Können wir lieber auch nochmal sicher machen. Das Ganze so. Noch eins runter. Das Ganze drehe ich jetzt nochmal an. Den Scheiß will ich hier aber trotzdem weg haben. Wo haben wir denn noch Support-Killer? Eigentlich einfach... Noch eine Idee hätte ich jetzt... ...weil ich das immer benutze. In den Eingängen habe ich die Wände immer benutzt. Das man die quasi... ...hier in die... ...scheiße reinbaut. Das bringt auch nichts. Wie man sieht. Das kriegen wir uns wahrscheinlich nicht mal wieder raus. Das wäre echt ärgerlich. Doch. Ja gut, dann muss das wohl bleiben. Ich bin nicht zufrieden. Alles andere als zufrieden damit, aber... Was will man machen? Weg machen will ich's. Ja, aber wie? Ist halt die Frage. Wenn jemand eine Idee hat, warum das da ist, dann bitte melden. Vielleicht können wir das dann doch noch zusammen wegkriegen mit euren Ideen. Ist ja natürlich Hammer. Das wäre schon gut. So. Jetzt haben wir das hier fertig. Hier sieht's auch gut aus. Und warum wir nur noch den Spaß hier. Hier einen... ...ja, ob das ging gut. Hier einen... ...und dann zweimal. So. So. Wenn das jetzt aber angeklappt, dann... ...will ich... ...irgendwas. Da muss man nicht so... ...ähm... ...ähm... ...wenn es auch irgendwie klappen solle, müssen wir es auch richtig machen. Dann müssen wir das Ganze auch richtig machen. Ich wusste gar nicht, wie lang sich... ...so ein Bau ziehen kann. Habe ich schon fast vergessen gehabt. Und dann kann ich wieder so viel Zeit lassen, ohne dass es jemand vor euch stört. Einfach weil... ...das jetzt alle gewohnt sind. Das ist die Zug, die ich brauche. Ich habe schon wieder so eine Klippe. Oh ja. Das wird super. Boah, wie nervig das ist. Das Ding da nicht. Ich muss zu dem... Das glaubt ihr gar nicht. So. Machen wir das hier. Hier komme ich klar. Ah... ...und das hier schonmal... ...bisschen zu demnüsten. Hier noch nochmal. Das fällt gerade aus. Ja, die habe ich gleich getroffen, wenn der jetzt auch Fall. Ah... Hier gehts runter. So. Weg. Runter. Und ab und gestalten. Ob ich das hinkriege. Wenn ich mir das jetzt gemerkt habe, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ob ich schon wieder so viel Zeit verbrauche. Irgendwie, ich weiß das nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen komischer, aber es macht mir trotzdem total Spaß. Den Spaß hier jetzt zu bauen. ... 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 konzentrieren. Also ein bisschen konzentrieren, sehr, sehr sogar. Nur für euch natürlich, dass hier alles so eine Richtigkeit hat und alles gut aussieht. So, jetzt bitte noch diese Ecke hier korrekt machen. Viele Besucher sind durstiger, ist mir doch egal, ich habe genug Getränkestände. Wenn sie zu blöd sind, sich was zu kaufen, dann ist das nicht mein Problem. So, jetzt passt das hier auch erstmal. Hier ist die kleine Schlucht. Ich bete, dass das Ganze jetzt hier passt. Nein! Nein! Dann bin ich hier mit dem nach oben. Das hat gepasst, okay. Und wieso hat das nicht gepasst? So. Machen wir es so. Ihr seht schon, langsam wird es kompliziert und nervig und schwierig. Und ich bin demotivierter, aber ich höre nicht auf, dass das perfekt ist. Gut, das ist jetzt halt nicht mehr wirklich ganz drauf, aber das erhüllt schon. Wenn das so ein Berg versteckt ist, sieht das gar nicht mal so scheiße aus. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich das betrachten, oder? Was sagt ihr dazu? Das ist jetzt echt so ein Berg. Aus dem Berg raus geht quasi, so als Unterstützung. Kann man das hier nämlich ein bisschen anders machen, ja. Äh, so. Dann ist hier die Kluft wieder nicht ganz so groß. Wollen wir hier zumindest erstmal alle auf die Höhe. Wir kommen jetzt an dieses hübsche Ding da unten an. Am besten so. So funktioniert das. Das haben wir hier erstmal alle hochgeholt. Ja. Und dann müssen wir das so machen. Das ist schon heavy so steil. Und auch recht viel steil sollte man das nicht machen. Natürlich noch, dass passend ist. Hier machen wir das erstmal alles auf die richtige Ebene, dass wir das hier schon mal haben. Gut. Und am Rest können wir uns jetzt herkümmen. Also quasi, dass wir das hier passend machen. Alles wird passend gemacht. Ich mach' ich mach' schon wieder eine Folge mit Überlänge. Haha. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich will jetzt hier auch endlich mit dem Schmal fertig werden. Ich will ja nicht immer das selbe machen. Versteht ihr ja auch, oder? Ihr wollt ja auch nicht mehr dasselbe sehen. Was kann denn bitte an so einem Scheiß kaputt gehen, mal ehrlich? Hat der Getränkeautomat kaputt oder der Grill oder was auch immer an eigener Stand 9 gemacht wird, sehr ätzend, so, hier noch ein kleiner Auslauf in den Berg, damit es nicht ganz so glatt läuft, noch eins größer bitte, so und jetzt wird es wieder Einzelarbeit. Äh? Passt das da? Ne, da oben passt es wieder nicht. So, jetzt passt es hier. So, tut mir leid, das muss jetzt hier leider wieder so gemacht werden, weil ich die Ecke hier nicht anheben darf oder kann. Ja, immer man das jetzt nennen will. Kann man machen wie man will. So. Ich würde mal so schwer... Wie es auch war, würde ich trotzdem mal sagen. Ich glaube, am Ende wird es sich gelohnt haben. Aber jetzt sieht es schon mal wesentlich besser aus hier vom Machen her. Wenn wir das jetzt noch gut befüllen, gut themen, dann glaube ich kann das eine coole Bahn werden. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das theme. Meine Wildwasserbahn in der Wüste, im wilden Westen quasi, ist gar nicht so leicht, aber schauen wir mal auch, wie wir das hier drüben rum machen. Aber hier würde ich jetzt mal wieder sagen, stopp. Schaut euch das Ganze mal an. Ich schaue, dass ich euer Feedback abwarte. Und jetzt dann geht mal zum Überlegen, wie wir das ganze Thema sind. Also da Vorschläge bitte unbedingt reinschreiben. Da brauche ich drinnen welche. So, dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.